Moin Leute und was geht ab zu einer neuen Folge hier bei mir auf dem Kanal. Heute machen wir mal was ganz Neues. Haben wir hier auf dem Kanal noch nicht gemacht. Und zwar spielen wir heute Bad Wars. Juhu! Ähm, genau. Spielen wir viel. Entschuldigung, ich hab etwas lange kein Video mehr rausgebracht. Das ist ein bisschen... Ja, es hat ein bisschen gedauert. Das ist das neue Video. Ich hatte halt 1 auf Lager und das hat ein bisschen gedauert. Naja. Jetzt ist es draußen. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen wenig spreche. Das ist ein bisschen... ja. Schreibt mal vielleicht in die Kommentare, welches Team ihr so seid. Also seid ihr so Einbauer oder gleich... Oh Gott, ich bin so schlecht im Sprechen. Halt darüber bauen und dann die anderen Leute kalt machen. Hehehe. Oh Gott. Entschuldigung, ich muss kurz die Sicht ein bisschen... Ich hab jetzt nämlich meinen eigenen PC bekommen und dann spiel ich hier auf dem Normalen und da bin ich diese andere Stärke hier nicht gewohnt. Ich bin ein Einbauer. Ich glaub, das sieht man ganz gut. Egal, wie kann man nur so scheiße sein. Habt ihr das grad... Ich weiß nicht, wenn ihr das aus dem Augenwinkel gesehen habt. Aber... Egal. Wie kann man nur so scheiße sein im Bridgen. Der ist grad einfach runtergefallen, der Arme. Äh... Okay, eigentlich tut er mir gar nicht leid, aber egal. Jetzt hab ich hier wieder viel zu viel. Ich muss euch mal was erzählen. Und zwar... Ich habe... Heute schon Bad Roast gespielt. Und... Ja. Ich hatte über... Einen... Stack... Endstorm... Ach, ist auch egal. Ach ja, nur so zur Info, das ist Hypixel. Ja. Äh... 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 Ich... Digga, Gabe! Digga, Wunderherrl! Genau. Ähm... Soviel dazu, dass ich gut Feuerball schießen kann. Digga, wie soll ich meinem Teamkollegen sagen, dass der von oben kommt? Der wird halt jetzt hier gleich runterspringen. Ach, nö, der hat hier einen Teeplatz hier. Der Ehrenlose. Alter, war das knapp. Tschüss. Das war knapp. Hab ich von dem was bekommen? Ich glaub, ich hab ihn gar nicht getötet. Ohoho. Ist doch ich wahr? Hm. Ich glaub, ich hätte Blöcke kaufen müssen, die nicht doof werden. Ja, super. Soviel dazu. Ich kann richtig scheiße Feuerballer schießen. Ja, er hat Gold gedroppt. Und er baut halt gleich mit Glas ein. Hä? Oh Gott, das, das... Oh Gott. Ich hasse das. Das regt immer so total auf. Ja, genau. Und dann einmal kurz runter. Ich glaub, wir gewinnen. Ich hab ein gutes Gefühl dabei. Och, komm. Hattet ihr schon mal... Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal über ein Stack... ...blöcke hattet. Also, halt keine Wolle oder so, aber... Jetzt können die sich... So. Mein Fehler ist immer, ich komm... Ich geh immer ohne Wolle los. Ich vergesse immer Wolle zu holen. Das regt mich... Irgendwann ist das so nervig, wenn euch das öfter passiert. Oh, kennt ihr die Leute, die manchmal... Oh ja, es gibt so Leute, die legen manchmal in die Truhe so Dias und Emeralds. Das ist mir schon mal passiert. Aha. Dann hat jemand schon mal Emeralds reingelegt und Dias. Das war... Ja, gut für mich, schlecht für ihn, weil... Naja. So Grun hat gut eingebaut. Ich glaube... Ja, wie er halt zu gelb geht. Hm. Gut. Wir werden jetzt mal eine geile Spitzhacke besorgen und dann... Den Sprung habe ich geschafft, hätte ich nicht gedacht. Gehe ich mir hier? Ein... Ich bin ja auch gut. Ey, nein, 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 das ist mein... Ach, du Blödmann. Kleiner Blödmann. War meins. Ja, das sollte erst mal für eine Goldspitzhacke reichen. Und das reicht halt nicht. Typisch. So, Goldspitzhacke. Geht doch. Was will man mehr als eine gute Spitzhacke? Warum schaffe ich diesen Sprung immer? Und den halt. Nicht? Oh. Gelb hat kein Bett mehr. Ho, ho, ho. Die sind so sch... Ähm, genau. Ich habe dann mal gar nichts gesagt. Ich bin... Oh, ab ne... Älter. Älter, was war das denn jetzt? Oh, das ist immer so laut. Das regnet nicht so auf. Älter. Ein... k mann 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 ich meine die man hier was reingelegt ich könnte ja ich glaube ich mache das ich gehe jetzt noch Wolle besorgen dann gehe ich zum Diamond Spawner und dann blau hat gar kein Bett mehr kann nicht mal habe ich schon Eisenrüstung? ja aufpassen dass ich nicht wieder gleich runterfall was ist seine Mission gewesen? was war meine Mission? oder halt auch nicht gut was schätzt ihr? ich sage ich bekomme 8 ja ich bin halt auch gut juhu und ab nach Hause ich finde 8 Diamanten ausbeute jetzt wird es spannend denn ich kaufe das Team Upgrade fürs Schwert ja hier liegt ja richtig viel ne hier liegt total wenig egal ich kaufe jetzt das Team Upgrade für Schwert zack und das tue ich da heulen ach komm hat der Trank der Unsichtbarkeit ja hä? wo ist der? da ja genau ich würde sagen das wars für heute tschau und bis zum nächsten Mal und..." "... ..."